Leute, na, wie geht's euch? Ich mach mal wieder einen YouTube-Kanal, also ein Video für meinen YouTube-Kanal. Ich befinde mich gerade draußen, ein bisschen an der frischen Luft und so, ja, tut ja auch mal sehr gut, ne? Und dann ist der gut, also ich wollte ja erst in der Wohnung bleiben, aber warum in der Wohnung, wenn man auch rausgehen kann, ne? Und man soll nicht immer in der Wohnung bleiben, das macht einen blöd. Ja, und, äh, hab immer Probleme mit meinen Viechern und so, aber sonst geht's, ja, ein wunderschöner Tage, also ich kann euch empfehlen, rauszugehen, auf jeden Fall. Geht raus, egal wohin, halb Tag raus, raus, ich bin auch draußen, ich bin hier an der Garage, eigentlich sollte ich noch woanders hinfahren heute, aber irgendwie will ich kaputt und nicht. Ich hab gestern, ich hab gestern so mit meiner künftige Frau getobt, kann man sagen, war sehr witzig. Okay, bis zum nächsten Mal. Peace.